hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge imperial galactic survival in project eden mit dem feljack ja in der letzten folge haben wir eine lange wanderschaft hinter uns wurden von spinnen gegriffen ihr seht ich habe ein giftbiss ja und jetzt sind wir hier polares gebiet wenn ich mich ein bisschen komisch anhöre ich lutsche gerade ein hustenbonbon sehr unprofessionell ich weiß aber ich darf das ja weil ich bin ja unprofessionell so und ich höre sie schon wieder spinnen also gleich ein bisschen ruf hier naja ihr könnt mich nicht noch mal vergiften um eine war ja noch zwei ja drei ja weil auf einmal level 19 schön polares ruf haben da kommen ja ist wie ich ja ich habe auch mal ein bisschen licht hier die haben wir alle ne haben die anderen gekillt jetzt habe ich glück und ich kann das fleisch bei der polares verkaufen habe ich noch nie ausprobiert damit ich hier irgendwie mal noch was heilendes bekomme vielleicht wir haben ja auf jeden fall in der letzten folge ihr seht das schon da soll die zum erzlager da ist noch so liegt zum erzlager wollen wir auf jeden fall lärm machen jetzt vom ruf her aus 5763 ist schon nicht schlecht aus muss man richtig gern golem oder sowas das wäre es natürlich versuche gerade ein paar feine anzulocken vielleicht noch ein bisschen ruf haben können bringt er auch ruf leider nicht aber es wird nachts wieder das spinnen gehört oder weil umso mehr ruf wir farm umso mehr können wir natürlich abbauen aber ok Waffe wegstecken ich werde mal gucken ob ich irgendwann mal zu so einem händler kommen oder so da hallo geht es hin gut ok wo sind eure händler hier da ist der garten edna und geh doch was ist denn das hier oh hier spinni ja noch mehr spinni wir sehen noch mehr na das waren doch noch nicht alle oder ja was hast du denn hier für eine waffe du hast ja eine richtig dicke wache alter die will ich aber auch haben leist mir die mal ich glaub die wird er mir nicht leihen die eine weniger friendly hab dich hab dich oh bloß aufbauen dass ich ihn nicht treffe äh woher die andere hier oben ne spinni 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 kleinen doofen spinnis ich höre sie schon wieder die kommen locken wir mal auf die freie fläche hier dann sehe ich die besser wo sind die andere denn aber das ist ein einzelgänger ein einzelgänger nur hier haben sie ihre solaranlagen das sieht auch das ist auch cool gemacht ne und fällt mir eigentlich sowas nie ein sieht auch cool aus ne was wir gemacht haben ja das ist das problem der feldrick ist nicht so super kreativ leider 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 da muss man kurz was gucken hier bei ruf jetzt bin ich talon auch freundlich automatisch freundlich reputation benötigt erz abbauen in polaris territorium keiner sofern reputation friendly oder besser entspricht ok wir können jetzt erz abbauen oh ich höre wie das spinnen locken wir die mal hier hin wieder na komm put put komm kannst ja nicht abwarten der bruder so was oh ich verrecker langsam mal gucken dass ich irgendwo reinkomme hier mich mal heilen kann oder so das ist nochmal spinnys sehr Sinn auch da oben drauf da komm her du ekeliges ding wir sehen egal so ähm ich würde sagen oh guten tag moment so ähm kann man sich mal irgendwo heilen bitte hier ich muss mich mal heilen hallo ich muss mich mal heilen hallo heilstation so ähm so ähm so ähm so ähm gut das halte mich jetzt nicht 100 pro und so aber wir müssen mal gucken kann man hier nicht höher bleibt ein fahrstuhl gucken ob wir hier irgendwo haltsstation finden ja wo ich komm schon gibt doch eine haltstation muss doch eine haltsstation sein doch gar nicht ach so da ist höher hier irgendwas hier sind generatoren was fahrstuhl hier ist noch höher guten tag kann man sich erhalten bei euch mal man ihr müsst doch mal irgendwas zu heilen haben ja gibt es doch gar nicht und hier nein natürlich nicht kann man die öffnen ne darf man nicht schade hier ein teleporter nein wieso sind hier teleporter hier ist der kern auch cool aus ne was wir das gemacht haben bei mir persönlich wird das zu offen stehen ach so ein mist finde ich hier keinen sind die forschungs labore hier das scheiße scheiße hier ja aber hier ist nichts das ist schlecht rennen wir noch mal zurück hier muss man hier muss irgendwas zu heilen sein wenn eine heilstation hätte könnte ich mich bestimmt komplett heilen also ich meine klar sowieso heilung aber elektro energy corporation kommt schon gibt doch mal was zu heilen hier gibt es doch gar nicht gleich wenn ich tot bin dann finde ich die haltstation hier ist scheinbar nur energie was denn da keine ahnung hier sind noch mehr scheiß spinnen ja mann wie kann man auch unbewaffnet ein typ in der schule fände angreifen das erinnert mich an die diana jones wo der typ mit messer zu einer schießerei kommt ist doch so ehrlich mal was gibt es denn hier für musiker hört man die musik was für eine komische musik habe ich ja noch nie gehört da okay aber gibt es auch nichts wenn wir da hin noch mal zurück vielleicht da irgendwo hier wahrscheinlich schon eher ne dass hier auch nicht mal irgendwo so eine heilstation rumsteht ne wir müssen irgendwo anders hin irgendwo anders müssen wir hin jetzt hier in den wohnquartieren wenn das wohnquartier sind kühlschrank ja wir sind schon fast richtig auch nur fast hier muss es irgendwo was geben komm schon oh mein gott noch höher sind alles äh die schlafkartiere hier ist ein ach ist erstmal richtig ah ja ich erwähne es jetzt nicht was ich gemacht habe play hard work harder ja also ich habe keine ahnung irgendwie ist das hier nichts jetzt noch höher hier ist auch nichts sonst erst die fitness lounge was hier denn was jetzt habe ich eine vergiftung the code ist 2233 need elevator code 2233 für was was können wir das merken 233 sind aber auch nur anschlusskartiere für was für welchen fahrstuhl denn ich habe hier noch keinen passwortgeschützten fahrstuhl gesehen ist doch gar nicht hm ich denke mal pflanzen würden wir uns auch nicht pflücken oder so ne scheiße irgendwo ein händler oder so keine austau mehr ey toll das naja hier ist nix der faildeck ist gearscht gerade adverse health naja hier ist nix na toll was tun bitte ey das brauch ich doch gar nicht falschen gefunden hallo hallo was habt ihr denn hier schönes für mich hier in der halsstation ne 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 auch nix hier kann man nix machen ich meine nur mit dem hier ne auch nix ja auch nix oh okay kein raum zu sein nicht einer ne nicht ein ding zum hallen muss noch mal so einen reinhauen was uns irgendwie am leben halten was ist denn hier hm könnte noch was sein was ist denn hier public restrooms ja also da kannst du nur ne geabseilen äh entschuldigung habe ich nicht gesagt gerade ich meine natürlich eine wurst ja und so noodle orbit hier gibt es noch fressalien oh warte mal hast du ein paar medikamente für mich ja hier gibt es noch fressalien ach komm schon da da steht es doch ganz fett first aid jetzt kann ich es nicht mehr halten lass mich raten ja ich bin geheilt aber vergiftung habe ich immer noch und wieso steht hier jetzt keiner warum steht jetzt hier kein typ rum da könnte ich da könnte ich mir noch medikamente kaufen ich will geheilt werden halt mich ich will nicht sterben vergiftung ja giftbiss ja es ist vorbei damit das wird mir nichts nichts helfen ne das wird mir nicht weiterhelfen ja mein lieben ich weiß auch nicht haben wir uns zwar geheilt haben wir irgendwie nichts genutzt außer es ist immer noch schrott mal eben so tief wie wäre der mal irgendwie medizin verkaufen würde da wäre ich schon happy aber leider mit der hardware cell jetzt bin ich schon kreis gelaufen was ist das für ein kasten das ist das für ein kasten ich fühle mich schon wieder hier fühle mich schon wie zu hause ich will jetzt noch schöne dusche nehmen ist das schön herrlich oh herrlich ich weiß auch nicht was er machen soll hier Er wird kontinuierlich sterben jetzt. Ich meine kontinuierlich wird jetzt hier Energie abgezogen. In der Public Rest Room. Er erwacht hinten nur die Lagerkisten. Lass mal gucken, aber die helfen auch nicht. Ausdauerwert, Gesundheitswert, Körpertemperatur, Nahrungswert, Verfallszeit. Die machen aber allernichts. Ich glaube nicht. Die helfen mir auch nicht weiter. Kann ich auch was verkaufen hier? Anzahl, Cash. Ich würde gerne was verkaufen hier. Darf ich hier nicht verkaufen? Bin ich gerade zu doof und verstehe es nicht. Wahrscheinlich bin ich zu doof dazu. Hey du, Leute. Wenn hier wenigstens einer drinstehen würde, ne? Kann ich mir nur wieder hochhallen. Ist das eins, was ich irgendwie machen kann? Ständig hochhallen. Und das hier für eine Hütte. Geht es hier rein? Gehe ich halt hier über den Balkon rein. Ach, der ist da schon wieder. Ach. Gehe ich auch gar nicht hin. Was ist da oben? Ist da noch ein Bungalow oder was? Ja. Das ist ja auch nichts, Leute, ne? Gibt es zwei Händler, ein Hardwarehändler und ein Essenshändler. Und irgendwie war es das auch schon. Was denn hier? Oh, zwei Stationen. Sauerstoff gibt es auch für Tutti hier. Und wo dieser Fahrshow für den Code sein soll, weiß ich auch nicht. Naja, sonst ist hier auch echt nichts. Leider muss ich halt jetzt sterben, noch runter. Hat keinen Sinn. Jetzt werde ich an so einer blöden Blutvergiftung hier sterben. Organversagen. Jetzt geht es richtig ab hier. Ja, dann werden wir erst mal sterben, bevor es besser wird. Gut, Tag. Ich bin's. Ich bin's. Jetzt sag mal Ruhe hier. Guck mal, ihr vollzweck Nase. Ey, bleiben wir stehen da. ist er voll der zwerg aber dicken latexanzug an weißt du und teleporter aber das deaktiviert da gibt es nicht für uns so viel mehr kann sich auch nicht machen jetzt nach unten ach so hier waren wir ja ich würde echt nur interessieren wofür dieser code ist was macht ihr hier gibt es hier irgendwas umsonst hier hier aber ich habe keine quelle jetzt dann textokit detox geht man nicht begiftung fieber attacke organ versagen ich habe keine 145 credits neun kann ich hier sachen verkaufen naja auch nicht ja ich will das verkaufen scheiße man kann gar nichts verkaufen oder doch hier verkaufen ja aber wo so da ne ne hat sich erledigt da ist der felser kopf gegangen so ein mist da stehst du von einem händler eigentlich der so ein der englis und kit hat hast du kein geld und kannst irgendwie nichts verkaufen so ein mist so ein mist aber die erfahrung auch mal gemacht in project in einmal zu sterben aber mich würde trotzdem interessieren trotzdem interessieren wie man was verkauft was in der hand nimmt geht nicht wie verkauft man denn hier steht kaufen verkaufen ach man muss auf die sachen drauf gehen was er hier hat kann das sein aber wir haben sowas natürlich nicht ja da seht ihr dann könnte man schrot hier verkaufen geht er drauf dann sagt die anzahl und dann einfach kaufen verkaufen also ich könnte jetzt hier acht schuss verkaufen sag ich mal acht schuss verkaufen dann haben wir 32 und das ding das kostet ein bisschen na 145 was kaufst du denn noch multiladung was habe ich hier denn multiladung haben wir noch von da verkaufen wir jetzt mal sechs von 150 für also multiladung lohnt sich zu verkaufen da verkaufen jetzt so ein dextro kit bei detox geht es so jetzt haben wir das aber auch mal gemacht vielen vielen dank du bist der beste du bist echt der beste mein freund ist jetzt bist jetzt mal ganz spezieller freund hier ja sortieren wir mal ein bisschen hier einmal große grob meine ich grob durchsortieren wir haben jetzt 17 kupfer 6 eisen erz 13 die zum erz aber wir werden natürlich jetzt und sag mal könnt ihr nicht mehr auf erde rumlaufen müsste immer auf den tresen rum rennen hier ist wieder zweck nase das ist pad und patechen ja gut wir müssen was essen lecker lecker pilzriegel lecker pilzriegel ich glaube ich muss mir noch was zu essen kaufen hast du noch was zu essen er hat noch gemüsen konserven was will er dafür 300 alter notverpflege 645 schade dass er kein fleisch hat er will ich sofort alles verkaufen aber wir können auch mal zu diesem anderen tv gehen machen wir auch mal aber das sehen wir dann in einer weiteren folge wir sind jetzt schon wieder am folgenden ende angelangt ja wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht mit dem fell jack bei den polaris sehen wir uns würde ich sagen sehen wir uns zu einer weiteren folge in dem sinn like und abo wenn es gefällt glocke nicht vergessen und wir sehen uns dann in einer weiteren folge bis zum nächsten mal tschüss